Finde deine Leidenschaft, finde das, was dir Spaß macht und was dir Freude bringt. Was mich angeht, meine Leidenschaft ist es, Strategien zu entwickeln und als Mentor zu arbeiten, was das Leben anderer Menschen verbessert. Und ich widme meine Zeit und Energie dafür, möglichst vielen Menschen zu helfen, auch ihr digitales Coaching-Programm zu schaffen, damit auch sie Orts- und Zeitunabhängig leben können. Denn ich glaube, diese Art von Geschäft, dieses Business ist das Beste, wo man drin sein kann. Wenn dir diese Art von Content gefällt, dann schau dir auch meine weiteren Instagram-Videos an, geh auf meinen YouTube-Kanal oder auch auf meine Webseite, wo ich dir meine Methodik erkläre, und du mit mir ein kostenloses Gespräch buchen kannst, in dem ich dir erkläre, wie du ein profitables Online-Business aufbauen kannst. Danke fürs Zuschauen, genieße den weiteren Inhalt, klick auf den Link in meiner Biografie und wir sehen uns wieder. Ciao.